Wer, rein theoretisch, rein theoretisch, wer würde zu mir mehr passen? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Schreibt mal hin kurz. Wird mich mal interessieren. Jetzt guck ich mal gerade, was die Bratan... Wie viel, wenn ich zu Nico passe? Ich hole nebenbei, auch vielleicht sieht das der Bratan, Nico, der hat einmal eine, mit der ich Kurzclips gedreht hab, hat der ja mal angeschrieben, weil er die bangen wollte mit der Erklärung, weil ich Nico bin, kommst du zu mir nach Stuttgart. Und sie hat leider abgelehnt. Dafür hat Elna nicht abgelehnt. Applaus! Hallo, Applaus.